So, fällst du heute auch nochmal? Danke sehr. Alter, der Wind! Oh, jetzt ist er wieder ausgepowert hier. Achso, ach der ist schon... Alles klar, dann ist ja gut. So, und den hier auch nochmal. Ich glaube, die Wände dauern aber länger als das gesamte Gestell, was wir da eben gebaut haben, ne? Kann das sein? So, jetzt ist er wieder... Ich kann nicht mehr. So, kurz Energie wieder aufladen lassen. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder. Komm, den kleinen Rest nochmal. Komm, das schaffst du! Achso, der fällt schon. Batsch! So. Da hinten auf den Inseln, da könnte man eigentlich auch recht geil bauen, ne? Wer eigentlich auch immer... Was hab ich eigentlich immer mit Inseln denn? Arg, auch! Immer will ich auf Inseln bauen. Wahrscheinlich, weil ich mich dort so sicher fühle. Weil's wahrscheinlich auch so ist. So. Ach, guck mal. Das Ding ist jetzt fertig. Und das bauen wir hier weiter. Das ist auch jetzt ne normale Tür, ne? Ich glaub, das ist aber scheißegal, warum man die baut, oder? Ach, hab ich jetzt doch mit Schloss gemacht? Ah, da brauchst du, glaube ich, auch nur Äste für. Hoffe ich mal. Denk ich mal. Oh, die Lichteffekte, die sehen so genial aus, ne? Wie die sich da so in den... Blättern da irgendwie brechen. Das sieht so geil aus. Wirklich. Sowas liebe ich echt in Spiele. Lichteffekte. Ich will aber auch erst gar nicht wissen, wie schwer sowas ist zu programmieren. Holla, 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 holla. Boah. So. Hä? Hallo. Du solltest hier... Da, genau. Danke sehr. Immer wenn ich Langeweile hab, dann fang ich immer an zu düdeln. Immer wieder dasselbe. Immer düd, 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 düd. Aber wir waren bis jetzt auch noch nicht von den Eingeborenen besucht, ne? Geschweige denn, wir haben sie auch noch nicht gesehen. Ein bisschen merkwürdig. Würde ich einfach mal so behaupten. So, das Fenster ist fertig. Warum baut er denn hier so ganze Baumstämme hin? Naja. Ist halt so, ne? Lagen hier noch irgendwo welche? Warte mal. Hier, ja, hier, genau. Hier sind noch welche. So, direkt mal mitgenommen. Kein Baumstamm entkommt mir. Da bin ich eiskalt. Es sieht schon geil aus, wie der da so halb auf der Klippe steht. Das ist schon cool. Das ist schon geil. Oh, warte mal. Da brauchst du nur Baumstämme für. Okay, dann ist ja gut. Ich sagte gerade, ich wollte mal kurz gucken, ob du wegen dem Schloss da bei der Tür, ob du da noch irgendwas anderes brauchst. Aber da habe ich mich wohl vertan. So, ein Baumstamm liegt hier ja noch. Ich sagte Baumstamm nicht. Ich sagte Baumstamm. Danke sehr. Es kommt mir aber schon fast so vor, als ob die das mit Absicht hier so gebaut hätten, dass man hier was hinmachen kann, ne? Ah, ich muss immer so blöd springen, um da jetzt reinzukommen. Naja, macht nichts. Es geht ja. Guck mal, kann ich jetzt... Ja, das hätte vielleicht nach außen müssen. Weil du willst es ja eigentlich von innen abschließen. Oder kannst du es von beiden Seiten? Heißt, ich finde das so witzig mit so einem durren Stock. Geht das auch von der anderen Seite? Ne, dann ist ja eigentlich richtig. Das soll ja von innen. Das soll ja von innen abgeschlossen werden. Das ist schon richtig so, glaube ich. Oh, das Feuer, das sieht cool aus hier, ne? Hier hätte eigentlich noch ein Fenster hin müssen. Und einen schönen Blick aufs Meer. Ach, wie schön. Gut, es wird wieder Nacht. Es ist ja wieder. Ich glaube, da hole ich es nochmal ganz schnell. Unterkünfte. Da können wir uns eigentlich doch direkt mal sowas hier bauen, oder nicht? Vielleicht hier so direkt einmal. Na, dann jetzt habe ich das hier ein bisschen blöd platziert. Warte mal. So. Das haut nicht so ganz hin, wie ich das möchte. Hier einfach auf dem Felsen. Äh, warte mal. Kann man das so machen? Nein, jetzt leg doch mal das Mikro weg, Mann. Das ist irgendwie für In-Game-Chat. Ich weiß auch nicht, wer sowas überhaupt benutzt. Das hört sich erstens an wie die letzte Kacke, wenn du da In-Game-Chat laberst. Und zweitens, dass... Ja, ich weiß nicht. Ja, gut, wobei, wenn du willst, dass jemand zum Beispiel nicht hier in deinen Teams-Speak kommt oder sowas, äh, dann, dann, ja, dann lohnt sich das schon. Aber trotzdem ist die Qualität scheiße. Ich weiß nicht, als ich damals mit Maurice immer, äh, GTA Online auf der PS3 gezockt habe, und wir haben immer, da gab es ja keine Partie. Das ist ja das Schlimme. Glaube ich jedenfalls. Und da mussten wir immer über In-Game-Chat labeln. Und sobald der eine irgendwie raus, dass da Lobby war, da hast du den nicht mehr gehört. Das war so scheiße gewesen. Ich bin gerade überlegen, gab es bei der PS3 eine Party? Ich glaube schon, aber die ging... Ich glaube, die konntest du nur benutzen, wenn du gerade nicht im Spiel warst. Oder wie war das gewesen? Ich weiß es gerade echt nicht. Na, wieder ausgepowert. So, nochmal kurz aufladen lassen. Und dann rumsdiwumms. So. Huch, stecke ich hier fest. Tak, 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 tak. Hier noch ein Baumstamm. Können ja auch so Fackeln hier runter machen, den Weg runter. Aber hier muss unbedingt irgendwie so ein Zaun hin, weil ich habe echt Schiss, dass ich hier runterfalle. Wenn ich mal wieder nicht aufpasse. Und das passiert recht häufig. Das ist ja das Schlimme. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Leckt der? Nö, die Aufnahme leckt nicht. Da habe ich manchmal so ein bisschen Schiss, dass der dann... Ist ja mal scheiße. Dann laberst du, laberst du, laberst du, laberst du. Weißt du, richtig geile Aufnahmen. Und im Endeffekt ist es wirklich dann für den Arsch. Nicht für den Arsch. Nee, es ist nicht für den Arsch. Es ist einfach für nichts. Und das ist dann immer ein bisschen blöde, ne? Warum gehe ich jetzt hier rein dafür? Ich habe keine Ahnung. So. Wir könnten das Ganze hier auch zweistöckig bauen, ne? Weil ich glaube, ein Stockwerk reicht doch eigentlich. Also wir könnten... Okay, wir könnten das so machen, dass man aufs Dach gehen kann. Das würde ich sogar noch machen. Ich wollte eigentlich das Shelter jetzt bauen, aber... Naja. Mach ich mal eben. Warte mal. Ist auch blöd, jetzt hier bei Nacht die ganze Zeit rumzulatschen. So. Einmal... Pop, 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 pop. Sticks haben wir genug. Und Steine fehlen uns noch ein bisschen. Und Baumstämme brauchen wir dafür auch noch. Du, 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 du. Warte mal. Steine waren genug gewesen. Sticks brauchten wir, ne? Dieses Geraschel von den Bäumen, ey. Das macht mich total verrückt. So. Aha. Na, und hier liegen die Stämme. Sonst baue ich mir gleich mal diesen, äh, komischen Schlitten. Für die Baumstämme. Wobei, ich weiß gar nicht mal, bringt das wirklich so viel? Ja, doch, doch, das bringt, glaube ich. Ich glaube, äh, wenn man dieses ganze Hin- und Hergelaufen zusammenrechnet, dann ist das schon eine Menge Zeit. Ich glaube, wir können gleich mal wieder ein bisschen was essen, ne? Mache ich gleich mal, wenn ich wieder unten bin. Weil der ist jetzt ein bisschen wieder aus der Puste. Kann ich eigentlich, äh, scheiße, Cola haben wir nicht mehr. Aber hier war in der Nähe noch ein eingeborenes Dorf gewesen, wo es Cola-Kisten gab. Also Kisten, wo eine Menge Cola drin ist. Können wir da ja nochmal vorbeischauen. So. Warum hacke ich jetzt überhaupt einen Baum um? Muss ich doch gar nicht. Hier, liegt doch alles da. Ich dummele. Ich dummele. Mich wundert es ja eher, dass er so schnell schon schwächelt. Äh, so, 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 so spät, meine ich. Ach ne, Steine brauchten wir doch noch, aber die liegen ja sowieso überall rum. Äh, Stein, 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 Stein. Hier, ein Stein. Ich habe einen Stein gefunden, und er trug deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Naja doch, eigentlich schon. Zehn Euro. Ach, wie wollten wir das Essen nicht? Doof, Mann. Idiot. Warum bin ich so doof? Ich weiß es nicht. Heih. So. Einmal Rinder mit hier. Und den auch nochmal. Gut, ist jetzt nicht ganz voll der Magen, aber... Oder haben wir noch ein bisschen was zu knabbern? Gar nichts mehr. Was ist das denn? Baumharz. Aha. Medizin. Ja, frisch einfach Medizin und bist du satt. Ach, guck mal, hier. Hier. Tragen, tragen. Können wir ja auch nochmal eben machen. So. Wie sieht das denn eigentlich aus? Warte mal, kann man das so lassen, oder? Ja, das kann man am Lagerfeuer so lassen, hier mit dem Ding. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Auch wenn es uns irgendwann nichts mehr nützen wird, äh, weil wir sowieso im Haus dann höchstwahrscheinlich ein Bett bauen werden. Durch. Ähm. Aber es sieht cool aus. Guck mal, hier war noch mal hier. Da ist einer und hier ist einer. Super. Oh, das geht auf die Nerven, denn mit seiner Ausdauer. So, jetzt aber wieder. So, kann ich jetzt mal hier bitte... Natürlich fehlt noch ein Baumstamm. Ein Baumstamm, der wahrscheinlich jetzt oben nicht mehr liegen wird. Oder liegt da noch einer? Ich glaube, da lag doch noch ein Baumstamm, oder? Da lag doch noch einer. Hier, guck mal, da sind doch noch welche. Zwei, oh, vier Stück sogar. Krasse Scheiße, Junge. Richtig krasser Shit. Jetzt gehen wir nach der Jacht, äh, nach der Jacht. Nach der Nacht nochmal kurz ein bisschen jagen, ein bisschen Lurche jagen, damit wir auch wieder ein bisschen was zu phrasen haben. Ja, Lurche jagen, und ich würde sagen, wir gehen dann nochmal kurz ins eingeborene Dorf und holen uns die Cola. So. Also, einmal pennen gehen. So, ich hab mal kurz was getrunken. Was? Du hast was getrunken? Höh. Ah. Scheiße, jetzt hab ich hier mein Haus ein bisschen angehauen. Naja, egal. Ist ja versichert. Glaub ich. Hoffe ich. Jetzt mach doch mal das blöde Licht. Ey, warum, warum ihr das immer am Tag offen habt, ne? Äh, anhat, nicht offen. So, pass mal auf. Wie kommt man dann nochmal hin zum Dorf? Dorf, 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 Dorf. Das war hier lang und dann, äh, stand hier irgendwo diese eingeborenen Hütte. Arschloch. Zwei Stück sogar. Den haben wir angehittet, den haben wir angehittet. Komm her. Du dreckigen. Komm her. Na, nehm nicht. So, genau. Guck mal, hier waren nämlich Dingens. Und hier führt nämlich ein Weg direkt dahin. Huch, was ist denn mit den, was ist denn mit den Kisten immer los? Die fliegen immer so komisch durch die Gegend. Hier ist nämlich dieser tolle Weg. Der ihn direkt hier hinführt. So, ich hoffe, ich guck mal ganz kurz. Ich halt mal ein bisschen in der Ferne ausschaue, ob die hier irgendwo rumstattdänzeln. Es sieht aber relativ sicher aus. Glaube ich, hoffe ich einfach mal. Ah. Oh. Der Herr. Das ist der Pan-Leichenstarre. Huch. Da fliegt die Kohle erstmal vor Freude durch die Gegend, weil sie gerade gefunden wurde. Alter, voll das Feuerwerk hier. Guck mal, die können wir eigentlich direkt schon mal trinken. So. Sonst noch irgendwas hier? Irgendwas von Wichtigkeit? Nein. Hier sind noch so Stofffetzen. Hier sind noch mehr von diesen Kisten. Aber ich glaube, Kohle haben wir erstmal genug. Ah, geil. Mh, das sieht ja lecker aus. Was ist das hier? Dynamit. Klar, warum nicht? Lass ich aber erstmal da. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht so unbedingt. Du kleiner Dreckigen, ne? So. Laptop einmal schön kaputt machen. Es tut so weh. Lass mich verarschen. Junge. Ich treff den gerade voll. Alter. Soll ich ein Witz sein, ey? Also. Oh nein, 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 nein. Da sind welche, da sind welche, da sind welche. Ich habe gerade Eingeborene gehört, oder? Da hinten ist ein Räh. Boah, aufs Rum zu trampeln, Mann. Hm, das sieht ja auch gesund aus, du. Ja, wenn wir nicht aufpassen, enden wir nämlich genau so. Scheiß Vogel. Nein. Definitiv nicht. Mit diesen blöden Affen lasse ich mich nicht ein. Mache ich nicht. Nee, ziehe ich nicht ein. Lauf ich gerade überhaupt in die richtige Richtung? Scheiße. Kacke. Oh, ey. Du findest dich überhaupt nicht zurecht hier. Zwei. Drei. Da hoppeln sie hinten rum. Drei Mongos. War denn jetzt dieser beschissene, oder wo war denn jetzt das andere Häuschen hier? Ich finde das gerade nicht mal wieder. Ach, das ist das Flugzeugwrack. Ah, so. Junge, bin ich jetzt total bedabbert? Ich finde den Weg nicht mehr nach Hause. Die haben uns aber noch nicht gesehen. Die sind hier nur so einfach reingelatscht. Ohne sich großartig für uns zu interessieren. Wir wollten eigentlich sowieso nur Cola holen. Von daher... Das nehme ich nur eben kurz mit. Und dann gucke ich noch mal ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein ganz klein bisschen. Geht ganz schnell. Hm, das muffelt hier. Seile. Huch. Kann ich die nicht mitnehmen? Hä? Okay. Äh, so, warte mal. Wo ging's jetzt lang? Ach, du Scheiße. Hm.